Hallo und herzlich willkommen. Das heutige Rätsel ist eine schwierige Variante eines ganz klassischen Rätsels, dem sogenannten Elefantenproblem. Obwohl ich es bevorzuge, ist eher vielleicht als Elefantenwiegenproblem oder so ähnlich zu benennen, weil Elefantenproblem klingt so, wie wenn man ein Problem mit Elefanten hätte. Naja, eigentlich im weitesten Sinne haben wir das auch, denn diese zwölf Elefanten, die wir hier vor uns haben, wiegen alle exakt gleich viel. Das stimmt so nicht ganz, denn ein Elefant, ich habe jetzt hier ganz frech mal irgendeinen markiert, ich weiß ja noch nicht welcher es ist, wiegt entweder mehr oder weniger als die anderen Elefanten. Also zwölf Elefanten, elf davon sind exakt gleich schwer, einer ist entweder schwerer oder leichter. Und um das herauszufinden, haben wir drei Wiegeversuche zur Verfügung und gewogen wird mit einer Balkenwaage. Balkenwaage, so, die zeichne ich hier mal flott hin. So, genau, Balkenwaage. Ja, die Balkenwaage, die verwenden wir jetzt und beladen die mit Elefanten. Die Balkenwaage ist jetzt groß genug, um alle Elefanten irgendwie da drauf zu verstauen. Und wie es bei einer Balkenwaage natürlich so ist, der Elefant oder die Elefanten, also wir können auch gleichzeitig alle da drauf stellen, der schwerer oder leichter ist, der sorgt dafür, dass die Balkenwaage sich auf einer Seite absenkt und der, der leichter ist, natürlich klar, der wird dann etwas angehoben. So können wir jetzt herausfinden, welcher schwerer oder leichter ist, welche Seite schwerer oder leichter ist. Und mit drei Wiegeversuchen soll es also möglich sein, zu bestimmen, welcher der zwölf Elefanten der schwerere oder leichtere ist und ob er schwerer oder leichter ist. Drei Wiegeversuche, das sollte doch machbar sein. In der klassischen Version dieses Rätsels ist es so, dass man weiß, dass ein Elefant schwerer ist und dann geht es etwas vom Denkprinzip her vielleicht ein bisschen einfacher, obwohl eigentlich ist es genau das gleiche. Versucht es einfach mal, falls ihr noch weitere Rätsel kennt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben und dann würde ich die auch präsentieren, falls ihr das möchtet. Und ja, jetzt nehmt euch mal die Zeit und fangt mal an zu rätseln und dann bin ich mal gespannt, ob ihr auf die Lösung kommt und wir sehen uns, hören uns im nächsten Rätsel wieder. Bis dahin. Ciao.